Nein? Nein? Leck mich! Du arbeitest schließlich für einen scheiß Kriegsverbrecher! Nein, leck du mich, Mann! Ihr habt doch keine Ahnung, was der Mann tun musste! Und ich meine, was er tun musste! Er hatte eine Wahl, die er anbraucht! Ihr braucht gerade reden! Bist du noch am Gate? Was riecht du hier so? Ich glaub, da ist was für Brand, Schatz! Wenn ich dich erwische, bist du ein toter Mann, verdammt! Boah, das war... das war Arsch, right? Okay. Der nächste Wecker? Ah, komm, ich möchte Munition. Weg abschneiden! Formation, halte! Wir haben das! Wir haben das! Oh nein, die beschissene Verknackung! Ich kreuz, gib mir Deckung! Gib mir Deckung! Schrotz wird auf dem Weg! Feind ausgeschaltet! Alter, ich bin gedeckt! So ist die Deckung, da... Reit erledigt! Ungedeckter Feind! Leg den Trottel um! Vorsicht! So darf man rein! Oh, das war knapp! Oh, der war auch knapp! Wir sitzen fest, Burka! Wir sind auf deiner Seite! Sieh zu, dass du so umgehen kannst! Alles klar! Moment, ich kann von hinten! Ich will hier nicht decken! Oh, okay! Was zum Teufel! Scheiße! Wo bist du? Kann das ein Witz sein? Oh, Scheiß, brauche ich jetzt nicht! Still, verdammt! Burka, Beredung! Bild ab! Ich bin gleich so pränzlig hier! Ich sag doch, ich bin dran! Wenn will ich das denn schaffen! Okay, ich bewege sie mir mit mir! WTF? Fuck! Ist er wieder da? Ich schlag da nicht so ganz durch! Ich schlag da nicht so ganz durch! Ich schlag da nicht so durch! Ich hoffe, er hat auch ein Leben, das sich nicht regeneriert wird und bin ich am Arsch! Ich schlag da nicht so sehr! Scheiße, ich brauche hier Deckung! Scheiße, los! Bayo! Er mal daughter mich zu dir gesicht. Oh! Ich schlag da nicht! Ach! Scheiße! Ich brauche hier Deckung! Ach! Wir werden nach! Ich habe keinen Schimmer. Das könnte jetzt ewig so weitergehen. Ich weiß nicht, wie viel der aussieht. Das ist mein großer Minuspunkt. Der nächste Wecker. Boah, Alter. Muss nachladen, geht für Deckung! Geht weg uns! Es gibt das Gerücht, sie versuchen noch mehr Menschen zu retten. Ist das echt ganz toll? Sie versuchen es immer weiter, auch wenn es euch alle das lesen kostet. Schaut mal bei ihnen vorbei. Wir danken euch! Alles klar! Was meinst du, von wo sendet er? Ich weiß nicht. Wir hören ihn seit wir durch die Sturmbahn kamen. Wieso? Wenn wir die Stadt nicht gleich evakuieren, verdursten hier alle. Ich denke mit seinem Sender könnten wir das bekannt machen. Wir müssen nur herausfinden von wo er sendet. Okay, was soll ich jetzt tun? Soll ich da rüber kommen? Vielleicht mit der Saalrutsche. Klingt ganz gut. Ich wollte gerade sagen, aber bitte kann es nicht. Kaischen, Zeitkontakt! Wo sind die? Über dir! Schnell, wir sind schwer unter Beschuss! Halte durch, ich bin dran! Gegner erledigt! Herr Kastner! Ich würde auf keiner Position bleiben, sonst wissen die anderen noch gleich, wo du bist! Ich meine... Halt die Fresse, jetzt brauche ich dich nicht! Das bist du doch nicht! Das ist die anderen wessen, wo du bist! Ha ha ha! Hättest du nicht von mir gedacht, was? Gegner erledigt! Welche anderen? Ich stehe zu meinem Squat, Alter. Du kannst, Adams! Okay, ich stelle ihn auf die Füße. Danke, Mann! Warte mal! Warte! Da kommt noch mehr! Verflucht! Wann hört er sämtlich auf? Och, ihr Jungs geht mir richtig ans Herz. Aber es geschieht euch recht, ihr Hunde. Wir werden hier mal ran, Furke! Wie wär's mit dem Plan, verdammt! Wir müssen in die aufmerste Etage! Verlust die Seinwurtshauts empfehlen! Im Skippersteckung! Warte! Da geht's nicht rüber! Wir sind weg! Das geht schon! Warte! 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 Das ist unsere Schuss! Los! Scheiße! Unterwegs! Halt! Erwebt sich! Bleibt sich! Erschweiler-Klub erwischt! Ich hab' den Schuss! Scheiße! Tut dabei! Vorsicht! RPG! Ich krieg ihn nicht ins Visier! Bauter, kill die RPG! Ich lade nach! Haltet sie uns! Alter, dieses... Kappe! Andere Seite! Schon unterwegs! Hilf uns! Nichts! Sie kommen hinter uns! Verdammt, Volker! Halt uns die Kerle vom Leib! Es gibt nichts dazu. Oh nein. Verrätschneiß! Schwerer Druckjagd! Na gut, da war es nicht so schön. Verrätschneiß! Verrätschneiß! Kommt! Hör die Schraubflitte auf! Habt das Rhein! Mist! Abgeschossen! Wir brauchen was, um sie zu sprengen. Vielleicht eins von den RPGs. Das sollte funktionieren. Ohrkopf, gib mehr Feuerschutz. Höchst auf, los rein. Ohrkopf, als wir uns verbleiben. Geht klar. Hinterhalt, Vorsicht. Wir müssen hier raus. Händlich fest blockieren. Ohrkopf, mach uns den Ausgang. Spreng die Tür. Wir werfen gerade an. Wir können es vorwärts. Ohrkopf, was macht ich hier nur? Fack das Arschloch! Ich höre nicht los mit dir! Werner ist getroffen? Verdammt, was macht ihr denn? Und bleibt liegen, Zahnabt! Feinde erledigt. Geht hoch, wir gehen auf Stach. Leck uns! Also, so langsam wird's. Rundbewegen, recht hoch, Schlossblätter! Ab Noche! Ziele übertrücken! Da ist einer ungedächt! Sind unterwegs! Vorsicht, hier sitzen auf den Munitionskisten! Du zieh! Ein Querschläger und bis sie trefft! Lade nach! Ein Schluch auf dem Dach! Erledige ihn! Noch eins! Habt das weit! Vier gerade, Ludo! Los! Noch mehr Gegner auf dem Dach! Ich bin gerade ein bisschen vollgepumpt mit Adrenalin. Geh aus dem Weg! Walker, mach! Ich bin doch weg! Ist du okay? Ja, ja! Nur keine Sorge! Was ist mit euch? Ja! Gut! Oh, fuck yeah! Wird ihr das? Komm von hinter der Tür! Los! Los! Nie waffe weg! Okay, okay! Nicht schießen! Ich ergebe mich! Was ist hier los? Da will einer nicht mehr Soldat spielen! Wie ist ihr Name? Staff Sergeant, Josh Forbes! Dienst Nummer 658! Sie sind kein Kriegsgefangener! Was mich betrifft, noch nicht mal Soldat! Sie können nicht! Ich kann machen, was ich will! Also! Das Arschloch im Radio! Von wo sendet dieser Mann? Vergesst es! Der wird beschützt! Den kriegt er nie! Unser Problem! Ja! Von da! Oben im Trans-Emirates-Building! Lugo! Wenn wir es da hinschaffen, kannst du den Sender bedienen? Eine Massenevakuierung? Sofort! Wird nichts zu evakuieren geben! Wie bitte? Denken Sie nach, Captain! Wir sind hier in der Wüste! Was glauben Sie, wie lange die Leute ohne Wasser überleben? Mein Gott! Der Colonel wollte einzig und allein Menschenleben retten! Denkt immer das! Machen wir, wenn er uns mal wieder killen wird! Dubai geht die Zeit aus, Gentlemen! Los geht's! Äh... Ja! Vielleicht geht Dubai die Zeit aus! Wer kümmert sich um den DJ? Was meinst du damit? Der hat keinen Nachfolger! Wir klauen ihm sein Mikro! Drei wie wir gegen den Fettarsch mit dem iPod! Das macht mir keine Angst! Man muss mit allem rechnen, Adams! Anpassen und gewinnen, Mann! Hey! Alles was nötig ist! Wohin jetzt, Lugo? Nach Norden, über die Dächer! Dürfte der direkte Weg sein! Klingt gut! So! Und mit diesem Satz werde ich für heute... Naja, vielleicht nicht für heute, aber für mich... ...die Aufnahme beenden und ich werde vermutlich heute Abend nochmal den Rest fertig spielen, so dass wir in zwei Aufnahmen in 24 Stunden dieses komplette Spiel durchgespielt haben. Und... Ja... Dann... Hoffe ich, ihr hattet viel Freude damit! Und wünsche euch noch einen traumhaften Tag! Cheerio!